Abibi, Abikoni, Juni, Kuni, Juni, ah! Hahaha! Boop, boop, boop! Shanks, äh, bist du der rothaarige Shanks oder was? Richtig. Ja, geiler Typ, Alter. Was denn? Sag, es gibt nicht viele, die mich kennen. Ich liebe One Piece. Meine Katze heißt Ace. Meine Hündin heißt Nami. Echt? Schwester. Alter geiler Typ man, was denn? Und sonst bist du gut in dem Spiel oder hast? Ich würde euch doch glaubt behaupten, ja. Echt? Okay, dann will ich mal was sehen, weil ich bin nicht so gut. Dann will ich mal erzählen, was du drauf hast. Wie alt bist du? Warte, wo landest du noch mal? Sechs. Boniat. Geiler Typ, ich höre geiler Typ, ey. Ich bin 26, Digga, und du? 26, Mashallah, ich bin 23. Lüge. Bist ein Finanzmann? Ich bin, ich habe keinen Land tatsächlich. Ach. Du hast keinen Land, wir kommen an deine Eltern her. Ja, ich bin tatsächlich Kurde. Oder ich auch. Echt? Was für ein Kurde bist du? Hör mal. Ich bin Sorani aus. Hau dir. Alter, es kann ja nicht sein. Du bist mein verlorener Bruder, kann das sein? Bin Morsum gefunden, oder was? Ja, wusste auch nicht. Ich bin aus Mardrin, aus Mardrin. Mein Vater heißt Mardrin. Ah, ey. Kann nicht sein. Das Leben ist eine Simulation. Wirkliches Schicksal. Wurde schon ein bisschen was veranstaltet? Vielleicht weiß ich nicht. Oder gibt Puestand? Du bist der einfach Fizzinel, oder? Ne, ne. Ey, Mosinu, Mosinu. Ach, du bist auch Mosinu. Ok. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt hier. Der ist in der Luft, der ist in der Luft! Ich dachte schon, ich wollte ihn schon loslegen. War doch nicht in der Luft, ne? Doch, doch, der ist gerade gelandet, der ist gerade gelandet, ja. Dann hast du hierhin, da sind die Gegner. Heute ist Lele, du Qadr, ach du Scheiße. Oh, ich bin nicht am fasten, verdammt, hab ich voll vergessen. Komm schon, komm schon, ich komme, ich komme, ich komme, mach dir Bruder, mach nicht alles ohne mich. Gönnen wir auch ein Kind. Zu spät. Zu spät. Ja, hab ich gesagt. Da sind welche drin? Ja. Ja, okay. Da landet auch einer. Lass da hin. Digga, wenn du Bock hast, kannst du mich eigentlich direkt adden, anstatt ich mit irgendwelchen Vögeln das spiele. Ja, kann man machen, ich muss aber danach Bundesliga gucken, Bro. Ja, rauchst du Pfeife? Safe, du bist aus Bielefeld, du musst Pfeife rauchen. Ne, eigentlich bin ich gar nicht so der Schicha-Raucher. Echt? Die Bielefelder normal, die Bielefelder machen alles. Ich rauche zwar Zigaretten, aber jetzt so wirklich, äh, Schicha nicht wirklich. Okay. Wer ist hier drin? Ja, ja, Bierpon. Ja, ja, Bierpon. Was mach ich? Ich sag, du klaust mir jeden Kiel. Was mach ich? Ich sag, du klaust mir jeden Kiel. Hast du klauen? Hallo, hallo, hallo. Dann musst du schneller sein. Lass den bei Feuerwehr töten. Bei Feuerwehr ist nötig. Ja. Da war noch irgendwo einer. Rechts waren auch zwei blaue Markierungen. Ja, dann lass doch mal rechts zum Shop gehen nochmal. Ich hole nochmal ne Drohne. Hören wir. Oh nein, ich wurde gesnipen. Nein, von wo? Ah, von da oben. Oben auf dem Dach. Ja, ich hab's gesehen. Gewinnst du deinen Gulag? Ohne, warte kurz. Ich warte. Er chillt einfach in der Ecke, Digga. Nur wie ich sowas hasse, ey. Ich geh zu meiner Sache. Ach ne, die ist ein Loadout. Ne, ne. Ja, ja. Wobei beim Loadout schießen die glaube ich auch. Ja, direkt beim Loadout wird geschossen. Geht trotzdem ein. Ich versuche die abzulenken, wenn ich weiß wo die sind. Ich versuche die abzulenken, nicht? da isn't he from love Egal, 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 egal. Danke. Bleibt man da, ich komme zum Einkaufswagen wieder. Hier ist Olle, das wird man, die Zone kommt, die Zone kommt, ja easy, wo war der, hier, kann sie noch schnell looten, glaube ich, aber behalte dich, nimm eine Waffe mit und komm, schaust du, schaust du, schaust du, du bist schneller als die Zone, oder er hat eine Waffe, Drei-Schuss-Waffe, 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 ich bezieheu, mir schaust du. Tolle Reis, Tolle Reis, Drei-Schuss, Turb-Jus, wer ist hier einer da oben ich habe halt nur wirklich eine dreischusswaffe ne aber ja ist gut ist gut ist gut das bist du das bin ich tatsächlich ja ich kaufe jetzt ein loadout einfach oder was sagst du wenn du willst kannst du dir ein loadout kaufen aber die sind halt hier close weiß ich mein was soll in Shall UP send so nein they Nee. Hier rein, hier unten. Komm rein. Gieß doch rein. So. So, so. Landstelle hier, die hatten Waffen. Landstelle hier. Muss ich aber wieder beeilen. Ja, ja, ja. Die haben hier FF Eier und K. Muss ich aber beeilen. Wieso tust du dir das an? Du sagst nur, ich bin so weit weg. Nein, nein. Wie hat er mich um die Ecke geholt? Vor dir, vor dir. Nein, also Kali Stöcke sind ja so dumm. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich ist das mein Tod, Leute. Wahrscheinlich ist das mein Tod von heute, oder? Nein, wahrscheinlich ist das mein letzter Tod von heute. Ich drehe durch. Nein, hallo. Hallo.